So, jetzt zeige ich Ihnen noch das Extensionsverfahren im Liegen bei stark zur Seite ausstrahlenden Schmerzen. Das ist Extension mit Hips of Center. Das geht folgendermaßen. Wie bei der Extensionsverfahren steigert man. Bloß halt, wenn hier die Schmerzseite ist, wird das Becken weg vom Schmerzgelegt und die Füße zur Schmerzseite hin. Dass man hier auf der Seite Kompression hat. Danach wird wie in einem anderen Verfahren halt gesteigert. Erst durch Kopfheben, wenn es keinen Effekt mehr gibt, auf den Unterarm. Wenn das keinen Effekt mehr bringt, richtig hochkommen. Und dabei sollten sich die Schmerzen immer aus dem Bein hin zur Wirbelsäule wandern. Wenn das nicht der Fall ist, sondern die Schmerzen sich ausbreiten, ins Bein rein wandern, dann abbrechen. Gut, so viel zu gehen. Gut, so viel zu gehen.